Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted. Drakos, Solo, Shosha, Drake. Schicksallos. Das schaffe ich! Schöner Spruch. Ja, ich muss näher ran. So. Ich wollte dich mal kurz kennenlernen. Das war eine schlechte Idee. Während der da ballert, mit ihm zu prügeln. Oh, Mann. Und jetzt schnell weiter. Da ist er. Da, 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 da. Zack. Bup. Alle drei erwischt. Oh. Wieso ist denn... Wieso sind die nicht gestorben? Alter. Wie assi ist das denn? Alter, ich hätte die so perfekt getroffen. Oh, dieses Ding. Oh, diesmal nicht. Lass mich doch nicht zweimal verarschen. Oh, das tat bestimmt weh. Oh ja. Das tut es immer. Oh. 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 Oh, ne schöne Bazooka. Dass wir damit voll anstellen werden. Fick dich! Oh. Natürlich habe ich nicht getroffen. Ich muss hier raus. Nicht. Wo. Whoa. 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 Fuck. Wuhu! Zum Glück gibt's Tunnel! Ich seh' dich! Fuck! Das war scheiße! Alles klar! Achso, ich hab' gar keinen Besucher mehr! Was? Der überlebt das auch noch! Ich baller denen die Eier, bis du stirbst! Das muss doch irgendeinen Grund haben! Ah! Ich seh' auch schon welchen! Oh! 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 Alles klar! Er hätte jetzt auch noch so ausweichen! Wird ja immer skurriler! Oh! Oh! Ja! Wie die Waffe da weggeflogen ist! Ah! Schuld! Ernst! Oh! Ich hätte jetzt eigentlich ignorieren müssen, ey. So. Chloe, bist du hier? Ich glaube, nach diesen Zugaktionen hier mache ich auch einen Cut, ey. Also, einen Aufnahmekut. Sagen wir es mal so. Ist der mir jetzt den ganzen Weg hinterher gelaufen, der kleine Boy? Na. Der war schuld. Oh, ich bin schon hier. Nee. Alles klar. Verstanden. Oh, fuck. Der sieht härter aus. Ausweiten. Jetzt geht's los. Nein. Oh, meine Jacke. Oh, fuck. Alter, klettern die da alle hoch. Jetzt geht's los. Diesmal nur einer. Los geht's. Ja. So, weg mit dir. Weg mit deiner Mütze. Weg mit dir. Wuh. Ah, mit den Granaten bin ich voll. Ich sollte jetzt aber wieder die Waffe wechseln, weil ich, äh, nicht mehr so viel Mütze habe. Weg mit dir. Ja. Puff. Hm, das war ja nix. Alter, schon wieder. Oh, Mann. Oh, Mann. Was? Die hat mich sogar erwischt. Ja, dann los. Ich hab' keine Ahnung. Alter. Stimmt doch einfach. Los geht's. Das war ja nix. Der Mäht. Schon? Fuck. Man. Ich kann mich hier kaum bewegen. Die ballern da durch und dieser Typ stirbt einfach nicht. Ja, assi, Alter. Wupp. Der ist geflogen, der Boy. Hm. Wem sagst du das? Oh, fuck. Fuck. Nein, nicht einer von denen. Oh. Fuck. Fuck. Ich binasst. Läuft. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Oh yeah. Cheerio. Wow. Jetzt blöde ich ihn ab. Verpiss dich. Oh ja. Nicht nur du. Da verpiste dich. Na ja. Quam schon mal richtig hart. Gut. Spaß wenn er sagt es ist nicht gut dann kommt doch irgendwas geflogen. Ne. Scheinlich. Oh. Oh, das hat er gemeint, wirklich gut. Oh. Weg. War wohl nix. Ja, du brennst. Du brennst sogar, das ist richtig gut. Ich war halt mal still. Ja. Oh, oh. Jedes Mal wieder explodieren, müssen sie irgendwas kaputt machen, ne? So, jetzt geht's ab, der Pedder! Dann gehen wir auf die Gaff! Stell die ins Kall! Okay. Oh, shit. Zeig dir! Zack! Ah, das hast du jetzt davon! Joa. War wohl nix, ne? Chloe kann nicht mehr weit sein. Ja, der Zug muss ja auch irgendwann mal ein Hände haben. Es reicht. Hier ist Endstation. So. Komm, heraus! Flatsch! Feigling! Was heißt denn, ihr Feigling? Du bist derjenige, der hier total zugeballert ist, ey. Was heißt denn, ihr Feigling? Nein! 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 Dann muss ich dich wohl im Zweikampf umnucken! Oh! 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 Hä? Wieso hat er ihn denn weggeschubst? Wie der O-Gig, ey. Das war leicht. Boah! Arr! Das war leicht. Komm heraus! Au! Ich hab nur nicht mal gesehen, wo die ist. Alter, wo hat er denn den geschmissen? So ein Huber in Sohn. Junge! Ich bleib hier hängen, Alter. Komm heraus! Komm du doch heraus! Spacken! Ich bin kein Feigling! Ich bin kein Feigling! Ich bin kein Feigling! Mach dem noch nicht mal Damage! Läuft! Normal, wie der hier das durchballert So Junge, 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 lass aus, ey Ich versteh das nicht Wieso? Ich bin kein Feigling Oh Mann! Was ist das? Man! BAM! 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 Alter! Hier damit, Mistkerl! Was für ein Typ! Genau zur rechten Zeit. Bei dir alles klar? Raus aus dem Zug, Nate. Was soll denn das heißen? Weißt du, was ich mitgemacht habe? Ich hab dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm! Komm jetzt, wir haben keine Zeit! Genau! Also raus aus dem Zug! So schnell du kannst! Und dich lass ich hier! Du hast dich doch schon entschieden! Was hast du denn erwartet? Ich hab erwartet, dass du mich deckst, Nate! Und das hab ich auch! Wie denn bloß mit den zwei anderen am Hals? Dann viel Glück mit Flynn! Ihr passt zu einander! Ich fass es nicht! Du weißt einfach nie, wann Schluss ist! Was? Kein cooler Spruch? Keine schlaue Antwort? Ich... Nein! Das tust du nicht! Halt! Lass ihn laufen! Erlöst ihn von seinem Elend! Du Scheiße! Nein, tust du nicht! Du Sonne Scheiße! So ist es also dazu gekommen! Zu unten! Ich will nämlich verarschen! Jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen! Fuck ey! Das hatte ich doch eben schon! Also! In der ersten Folge! Hä? Was macht der denn da? Alter! Loslassen wäre leichter gewesen! Junge, Junge, Junge! Na gut, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge! Bis dahin, Auto rein! Ciao!